Ja, hallo und herzlich willkommen zur fünften Etappe der Türkei-Rundfahrt. Heute geht es von Marmaris nach Turbudreis. Es sind immer dieselben Ortschaften in diesem Rennen. Und die Favoriten sind eigentlich so dieselben wie bei den anderen Sprint-Etappen. Pascal ist heute nicht mehr mit dabei. Er hat mir aber sein heiliges Okay gegeben, dass ich das Ganze auch ohne ihn aufnehmen darf. Eigentlich wollten wir es ja zusammen machen, aber ja, wie in der letzten Folge bestimmt schon mitbekommen habe. War ein bisschen müde. Ich möchte das Ganze jetzt aber durchziehen. Ich möchte jetzt die Saison hier mal beenden. Es sind ja noch drei Rennen. Von daher gehen wir mal rein in Etappe 5. So, und da sind wir bei einer ziemlich interessanten Etappe. Kleiner Berg am Anfang der Kisilagak oder Kisilagak, wie auch immer. Und danach geht es eigentlich nur noch flach weiter. Wobei das auch nicht so ganz stimmt, wenn wir uns das Finale anschauen. Es geht schon viel hoch und runter. Von daher dürfte es heute eine interessante Etappe werden, denke ich mal. Und wir versuchen heute mal mit Jordi Simon unser Glück. Er versucht mal in die Ausreißergruppe des Tages reinzukommen. Alter, hier ist doch irgendein Kabel. So, Entschuldigung. Hier war gerade irgendein Kabel unterm Tisch, das mich tierisch aufgeregt hat. Wir haben eine Spitzengruppe, bestehend aus dem, ja, guten, altbekannten Nelson Oliveira. Da haben wir Timmer, Perichon, Fornier und Julienzen vorne. Dahinter Gana, Simon und einige andere. Also das Feld scheint diese Gruppe hier nicht so richtig wegkommen lassen zu wollen. Zumindest nicht diese zweite Gruppe, sagen wir es mal so. Ähm, na, schauen wir mal. Also halbwegs dürfen sie jetzt mal wegfahren. Und deshalb roll ich Simon jetzt nochmal mit einer Attacke, was eigentlich ein Fehler ist, wenn man schon so am Arsch ist wie er. Na gut, schauen wir mal, dass wir da vorne noch mit reinkommen. Santaromita, ja, ganz gut platziert hier. Ich denke mal, in Sachen Gesamtwertung wird es heute um nichts gehen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und ja, natürlich wollen wir noch einen Sieg holen, wenn es geht. Irgendwie, irgendwo. Und den Aufstieg wollen wir irgendwie sicher machen. Das ist ja ganz klar. Und dafür muss Santaromita natürlich vorne bleiben in der Gesamtwertung. Damit es auch nach wie vor möglich sein wird, für uns den Gesamtsieg hier zu holen. So, jetzt haben wir also die Ausrassergruppe. Acht Fahrer sind es. Und Koldedan und Gana kommen noch dazu. Damit haben wir jetzt also zehn Fahrer an der Spitze. Santaromita fährt im Feld. Perfekt. Brejkovic passt auf ihn auf. So soll es sein. Und damit ist unser Kapitän hier wohl behütet. Natürlich sind die Top Ten mal wieder das Mindestziel, das wir erreichen wollen. Denn morgen kommt ja nochmal eine hügelige Etappe. Die heute wird ja als flache Etappe verkauft. Aber das finde ich, wie gesagt, sehr, sehr lachhaft. Warum läuft zwei Meter das selbe Lied? Das ist nicht gut. Ähm. Ja. Ich wollte jetzt sagen, dass das hier als flache Etappe verkauft wird. Ich meine, der Anfang ist prügelhart. Dann geht es bergab. Und wenn es danach komplett flach wäre, dann würde ich es ja vielleicht verstehen. Aber ich meine, das hier sind die letzten Kilometer. Sieht das für euch wie eine flache Etappe aus? Ich finde nicht. Also sehr, sehr seltsam. So. Hutarovic ist gleich mal der Erste, der hier abgehängt wird. Saugeil. Was zur Hölle? Burzuc aus der Kayakural-Mannschaft ist noch beschissener drauf. Und auch Khalid Ibrahim fällt gleich mal zurück. Also ich bin sehr stolz auf meine Jungs hier. Das machen sie wie immer grandios. Nicht. Und ja, keine Ahnung, Alter. Was soll ich denn hier noch sagen? Äh, was weiß ich. Warte mal auf Hutarovic. Und dann fahrt am besten mal euren eigenen Stiefel. Da ich mich nicht auch noch darum kümmern muss. Ich glaube, es hackt. Naja, schauen wir mal. Wird wahrscheinlich wieder ein paar Angriffe geben um die Bergwertung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Jose Goncalves die schon sicher hat. Kann natürlich sein. Aber sicher bin ich mir nicht, wie gesagt. So, jetzt gibt es hier also die Attacken. Oliveira führt gerade. Und holt sich auch die Punkte vor Korchettkov, Perichon, Timmer. Simon wird Fünfter bei dieser Bergwertung. Und Santa Romita, willst du mir jetzt sagen, ist der einzige aus unserer Mannschaft, der es geschafft hat, vorne zu bleiben an diesem Berg? Ehrlich? Unfassbar. Sogar Brajkovic ist hier zurückgefallen. Wahnsinn. Was ist denn hier los? Was? Tempo so prügelhart oder was? Schauen wir erstmal, wer hier mit dabei ist. Nicht, dass die jetzt hier irgendeinen Gegner von uns heranführen, aber sieht nicht so aus. Ne. Hier fallen nur schwächere Bergfahrer zurück. Santa Romita ist einfach ganz alleine hier jetzt, gerade im Feld. Ich hoffe mal, dass die beiden jetzt gleich wieder reinfahren, damit sie wenigstens Santa Romita so ein bisschen unterstützen können. Das wäre sehr schön. So, FDG. Danny McLean ist zurückgefallen. Ach, ich freue mich schon so auf den, ne? Ach, das wird schön. Endlich mal ein guter Fahrer im Team. Das wird nice. So, Simon fährt hier so ein bisschen verloren durch die Gegend. Ganz alleine, ohne Freund und Feind. So, Santa hol dir mal selbst Flaschen. Du merkst ja, du bist hier völlig auf dich allein gestellt. Das ist ein hartes Survival-Game hier. Hier haben wir Goncalves im Trikot des Bergbesten. Und Roddy Simon, der ist immer noch vorne. Versucht irgendwie das Feld von sich fernzuhalten, aber es wird schwierig. Das Tempo im Feld ist sehr, sehr hoch. Tja, und Brejkovic, der scheint es nicht mehr reinzuschaffen. Unfassbar, aber scheinbar wird das nichts mehr. So, Simon, komm, ganz ehrlich, bevor du dich jetzt hier auch noch vorausgabst, kannst du auch mal auf Ivans Santa Romita warten. Damit hat Santa jetzt immerhin einen Helfer zur Verfügung. Ich bin gespannt, ob Brejkovic es noch schafft, hier ins Feld zurückzukehren. Oder ob es das war mit ihm, mit dem Slowenen. Tempo ist halt schon relativ hoch für so eine Etappe. Eigentlich sollte das doch machbar sein, oder? Wobei er jetzt halt auch schon eineinhalb Minuten Rückstand hat. Na ja, immerhin hat Santa Romita noch Roddy Simon, der jetzt auch gleich mal vor allen Dingen für sich Flaschen holen gehen kann. Halt, das war falschrum. So rum muss das sein. Puh, hätte nicht gedacht, dass diese Etappe hier so hart wird, gleich zu Beginn. Und Brejkovic ist wieder drin, super. Ist jetzt natürlich einen Moment zu spät, sodass ich ihn nicht mehr konnte Flaschen holen gehen. Dempster scheint jetzt aus, so langsam wieder reinzurollen. Gucken wir mal, was mit Schuster und Co. ist. Also hier haben wir Till Schuster, der jetzt mit Lammertink unterwegs ist. Nicht der schlechteste Partner. Kali Dibraim, der fährt aus irgendwelchen Gründen ganz alleine. Auch nicht schlecht. Sollen wir lieber auf Wutarovic warten. Und Busuc, das ist immer auch der letzte. Müssen wir hier die Strategie ändern, ne? Wutarovic, achso. Ah, ich verstehe. Äh, alle fahren für Santa, würde ich mal sagen. So, denn das ist ja auch wirklich die Taktik. Dempster scheint wirklich das Feld zurück zu schaffen. Zumindest ist es knapp aktuell. So, ihr könnt mal alle Getränke holen. Ach, was mache ich denn? Strategie und hier Getränke erstmal holen jetzt. So, alles klar. Also, Wutarovic und Co. Und hier Kali Dibraim und auch Schuster werden es wohl nicht mehr zurück ins Feld schaffen. Und jetzt kommt der zweite große Anstieg, der allerdings nicht komplett überwunden wird, weil wir schon ziemlich hoch sind. Also, alles in bester Butter hier. Dempster, ja, der ist kurz davor wieder reinzukommen. Sieht ganz gut aus. Zachary Dempster hier. Und danach hat man halt die größten Hindernisse auch schon geschafft für heute. Das muss man halt so sagen. Aber eine Etappe für Sprinter ist das hier definitiv nicht. Zumindest keine reinrassige. So ein Sprinter wie Tulek, der hätte hier Chancen gehabt. Ja, durchaus. Aber so ein typischer Sprinter, der nur fürs Flachland gemacht ist, der geht hier ein wie sonst was. Oliveira, Kocetkov und Perichon sind vorne. Bestplatzierte der Gruppe. Das ist Kocetkov. Der Russe hat 16 Minuten, 24 Rückstand auf das gelbe Trikot von Patrick Konrad. Der richtig gut drauf ist. Das muss man ja sagen. Also, seine Bestform ist deutlich spürbar. Nicht nur Weltmeister geworden, jetzt auch hier schon wieder führender. Das ist schon ordentlich, was der Mann zeigt. So, wir konzentrieren uns natürlich komplett auf das Finale dieser Etappe. Denn es ist durchaus möglich, dass wir heute einen Sieg zu verbuchen haben. Vielleicht sollten wir noch mit dranhängen, weil Santa ist zwar gut am Hügel, aber es gibt hier halt auch noch ein paar andere Teams, die ganz gut sind. Und ein paar andere Fahrer, die auch im Wörtchen da mitzureden haben. So, wir sind jetzt also auf den letzten 41, naja 42 Kilometern. Das ist das Restprogramm. Also, ich finde es schon heftig für eine angeblich flache Etappe. Ist schon nicht schlecht. Muss man einfach so sagen. So, ich wäre jetzt auch froh darüber, wenn Santa noch ein bisschen weiter vorfahren könnte. So, das passt mir schon besser. Super. Dempster ist wieder im Feld. Sehr cool. Kann, ja... Brejkovic mal auf ihn aufpassen. Komm, warum nicht? Brejkovic ist hier eh kein Kapitän. Und wenn Dempster es bis ins Ziel schafft, er sieht jetzt auch wieder einigermaßen okay aus. Ich möchte jetzt nicht das Wort frisch in den Mund nehmen, aber okay sieht er aus. Wenn er es bis ins Ziel schaffen sollte, mit einigermaßen guten Beinen, dann hat er vielleicht im Schlusssprint eine Chance, aber dafür haben wir hier die falschen Fahrer dabei. Da hätte ein Dani Biedermann oder ein Jan Sokol mal mindestens hergemusst. Sonst hast du hier keine Chance. Die drei Ausreißer immer noch an der Spitze, 30 Kilometer vor dem Ziel, führen sie mit einer Minute, etwas mehr als einer Minute. Und scheinbar zerfleischen sie sich jetzt gegenseitig, denn Korchettkopf hat gerade eine Attacke probiert. Ja, Dempster zeigt sich ganz ordentlich bislang. Lang ist es nicht mehr noch, 23 Kilometer. Geht da vielleicht doch was für den Australier. Hat ja eine ganz gute Tagesform heute. Plus eins immerhin. Mal schauen. Aber wir legen das Augenmerk natürlich weiterhin auf Santa Romita. Denn, ja, der hat es einfach schon oft genug gezeigt, diese Saison, dass er es drauf hat. Olivera greift an, Perichon sofort im Hinterrad. Korchettkopf muss leider eine Lücke aufreißen lassen. Und ob er die nochmal geschlossen kriegt, sei mal dahingestellt. Dahinter das Hauptfeld. Angeführt von Thomas de Rente. Korchettkopf ist auch ein sehr ausgeglichener Rennfahrer. Hat eigentlich überall gute Werte. Oder zumindest fast gute Werte. Und jetzt scheint er aber platt zu sein. Giovanni Visconti macht jetzt das Tempo. Für Bahrain Merida. Und wo ist Simon? Okay, keine Ahnung. Irgendwie zurückgefallen. Aus welchen Gründen auch immer. So, Korchettkopf wurde eingeholt. Jetzt also Pierre-Luc Perichon und Nelson Oliveira. Die einzigen verbliebenen Ausreißer. Und das hier ist das Restprogramm. Also nochmal ein schöner Hügel. Und danach geht es relativ flach dann doch Richtung Ziel. Vajkovic kann nochmal Getränke holen gehen. Und Dempster. Der wird vielleicht wirklich eine Option heute. Jetzt kommt der, ja in Anführungsstrichen, steilste Anstieg dieser Schlussphase. Wirklich hart ist der nicht. Aber er ist auch nicht uninteressant. Ist schon ein schönes steiles Stück hier. Aber eigentlich für die Fahrer kein Problem. Nach dem, was sie heute schon geleistet haben. Sollte das, ja. Ist auch kein Problem. Oliveira und Perichon werden eingeholt. Also es sieht nach einem Massensprint aus. Und damit ist Dempster doch ganz gut platziert hier momentan. Und weißt du was? Häng dich mal ans Hinterrad von Daniel McLeigh. Soll ja kein schlechtes Hinterrad sein. Der Mann. So, ein Mini-Hügel kommt noch. Aber nichts mehr wirklich bedrohliches. Ja, mal schauen. Vielleicht will der Dempster heute wirklich der große Kugeling. Das wäre natürlich zu krass. 4,5 Kilometer haben wir noch. 4,5 Kilometer. Okay, irgendwie klappt hier wieder gar nichts. Heißt also, wir achten mal eher auf Santa Romita und hier auf die ganzen Leute. Denn sonst klappt hier gar nichts. Also Dempster ist schon wieder abgehängt. Was weiß ich. Klappt halt nicht so richtig hier alles. Etappe gewinnt Bonifatio, wie es aussieht. Jawohl. Vor Fandasande und Trentin. Dempster aus irgendwelchen Gründen ganz weit hinten. Also ich glaube, McLeigh war dann heute doch nicht das richtige Hinterrad. Der Land nämlich auch sehr weit hinten. Wo ist Santa Romita? Ja, 13. Santa Romita. 15. Simon. Also damit sind wir auf jeden Fall ohne Zeitverlust hier durchgekommen. Aber eine wirklich erfolgreiche Etappe sieht natürlich anders aus. Naja. Ja, aber Sprints, das zieht sich ja durch die ganze Saison, sind nicht so unsers. So, Bosuc, auf den warten wir jetzt noch. Der ist hier ganz alleine unterwegs, der Romäne. Und ist jetzt auch im Ziel. Mal schauen, ob er jetzt das Zeitlimit geschafft hat. Hier sehen wir nochmal den Sprint. Und der besten Nicolo Bonifatio holt sich also den Sieg vor Tosch. Fandasande. Relativ knappes Ergebnis. Ja. Gute halbe Radlänge Vorsprung. War es dann für Bonifatio. Fandasande wird Zweiter. Dann Trentin. In der Bergwertung führt weiter Gonschives vor Konrad und Oliveira. Jetzt in der Sprintwertung für Bonifatio vor Trentin und Tosch. Fandasande. Da ist Schuster jetzt rausgefallen aus dem Rennen. Erstmal. Oh, ist er komplett rausgefallen? Kann das sein? Oh, oh. Hat er nicht mehr Punkte? Oh, jetzt müssen wir gucken. Und tatsächlich außerhalb der Vorgabezeit. Till Schuster. Ibrahim. Also Khalid Ibrahim. Und Johanny Houtarowicz. Alle aus dem Zeitlimit gefallen. Ei, ei, ei. Das ist ja jetzt scheiße. George Busuc auch. Oder George Busuc. Mist. Ja, das ist natürlich die Kacke. Wenn du hier so früh abgehängt wirst. Wie das eben heute der Fall war. Dann viel Spaß. Tja. Damit also Schuster raus. Genauso wie Houtarowicz. Und auch Khalid Ibrahim. Damit ist die Mannschaft jetzt sehr, sehr klein. Besteht nur noch aus vier Fahrern, wenn ich mich nicht täusche. Naja. Aber es ist auch nur noch eine Etappe. Von daher kriegen wir die auch noch irgendwie um. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Bis dorthin. Danke fürs Zuschauen. Und ja.